Das Fahrrad boomt und nach einem Jahr Pause sind wir hier zurück mit der Eurobike in Friedrichshafen. In den nächsten Tagen gibt es hier jede Menge Neuheiten zu sehen, Innovationen, spannende Themen. Die Branche trifft sich, diskutiert über die Zukunft und vernetzt sich. Wir haben viel Programm, viele Highlights, Vorträge, Workshops und vor allem natürlich ein Klassentreffen der Branche nach zwei Jahren Pause. Kommen Sie vorbei nach Friedrichshafen. Werden Sie Teil der Inszenierung in der Branche. Nutzen Sie das Networking und die Möglichkeiten, die wir hier in Friedrichshafen der Branche bieten.